Hi, kurze Frage. Macht ihr gerade Mittagspause? Habt ihr schon mal einen Plant-Based Wopper probiert? Würdet ihr gerne mal einen probieren? Damit der RTL nicht immer zu uns kommen muss, wollten wir uns heute mal revanchieren und besuchen stattdessen einfach RTL. Und wir haben ein paar Plant-Based Wopper dabei. Aufnahme 1, 2, 3. Wirkliche, normal. Aufnahme 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15. Dann bitteschön. Cool, vielen Dank. Wollt ihr drei Stück haben? Einen schönen Tag für dich. Und, wie war der? Der war saugeil. Der ist geil, ne? So, bitteschön. Schönen Tag für den Feierabend, ne? Ja. Danke. Geil. Ja, megaschaut. Danke fürs Kompliment. Schönen Tag noch. Soll ich euch einfach mal mitgehen? Ja, ihr wollt gerne. Das ist geil. Dankeschön. Habt ihr schon mal einen Plan-Place-Wover probiert? Ich war schon in der Kantine. Vielen Dank. Ich sag den Kollegen Bescheid. Ja, perfekt. Schönen Tag euch noch, ne? Bitte schön. Vielen lieben Dank. Ja, ich stehe hier, um Plan-Place-Wover zu verteidigen. Nein! Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Dann muss ich erst mal eine Story machen. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.